Was soll das jetzt mit Brünen? Was heißt das jetzt? Ich weiß nicht mehr, was Sie damit haben. Mich heißt das gar nichts, deswegen frag ich es. Was sehen Sie da? Eine etwas seltsame Frau, die nicht weiß, was sie macht. Was ist das? Das weiß ich, das weiß ich Sie ja. Was sehen Sie da? Sie sehe ich. Was ist das? Was ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf Finger haben Sie. Das ist eine mittlere Finger. Was heißt das? Was heißt das? Ich bin verarscht von Ihnen, der Polizei, meinen Steuergeldern. Gehen Sie die ganze Stadt hier. Was soll das? Was soll das? Was haben wir euch getan? Als Sie im Wohnen hatten, niemandem was Schlimmes. Was haben wir euch getan? Warum? Warum? Sie blockieren die Stadt. Sie auch. Sie auch. Haltet euch. Haltet euch. Das ist Ihr Job. Genau. Sie haben es erfasst. So, wenn Ihr Befehl ist, schießt auf Sie. Was machen Sie dann? Was machen Sie dann? Was machen Sie dann? Was machen Sie dann mit der Waffe? Wenn das Befehl durchkommt, schießen, Frau mit Kopfdruck abschießen. Was machen Sie dann? Befehl, was machen Sie dann? Nein, ich frage Sie ganz normal. Wenn das Befehl kommt, eliminieren. Was machen Sie dann? Wie viel kriegen Sie denn? Ich frage Sie. Wie viele kriegen Sie denn? Wie viele kriegen Sie denn? Was klappt mit der Reiche hier nicht? Weil morgen könnte es auch Ihre Tochter sein. Wer auf meiner Seite steht, dann müsste gegen Ihre Tochter vorgehen. Stehe ich auf der anderen Seite? Ja, Sie sind auf der anderen Seite im Barrikad und Ihre Tochter ist mit mir auf dieser Seite. Was machen Sie dann? Ich stehe Barrikad. Ja, heute Morgen hinter den Gittern. Heute Morgen hinter den Gittern. Ja, auf der anderen Seite steht Ihre Tochter. Was machen Sie jetzt? Deswegen, deswegen, dass Sie uns jetzt verstanden, warum das? Ich fühle mich verarscht von euch. Ich darf mich, ich soll mich unsichtbar machen in dieser Stadt. Alles ist verboten, jede Form von Demonstrationen verboten. Was geht ab mit euch? Was haben wir euch getan? Ihr wart friedlich, ihr seid friedlich, was seid ihr? Was seid ihr? Wir sind friedlich. Warum seid ihr veragressivt mit uns? Warum Waffen? Warum seid ihr bewaffnet? Ich habe keine Waffen. Doch. Eine Waffe ist das. Warum bist du bewaffnet? Warum der Helm? Was habe ich dir getan? Weil ich es teilweise drauf. Wofür? Wofür? Ich habe nichts im Hauen. Ich werde dir nicht wehtun. Davon gehe ich auch nicht aus. Aber du kannst mir wehtun. Das will ich doch gar nicht. Aber du hast gesagt, um mir wehzutun. Das will ich aber nicht einsetzen. Du musst dich aber einsetzen, wenn der Befehl kommt. Eben nicht. Sag ich selbst. Sagst du selber? Ja. Sagst du selber? Sagst du selber? Ich danke dir. Bitteschön. Ja. Gehen sie mal weg hier von dir. Das werden wir sehen. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal. So. Jetzt macht es lauter.